Ich wollte mich auf diesem Wege eine kurze Videopostkarte aus Italien senden und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, es wird ein wunderbares, lichtvolles Jahr, was all die Manifestationen in euer Leben bringt, die ihr euch die letzten zwölf Monate hart erarbeitet habt, an denen ihr gefeilt habt mit Affirmationen und Wünschen. Ich hoffe, ihr kommt gut, gesund und glücklich ins neue Jahr. Im neuen Jahr werden wir uns wiedersehen mit vielen neuen Themen, Projekten und anderen Dingen, auf die ihr gespannt sein könnt. Ich danke euch für eure Unterstützung, für eure Mails, für eure Zusprüche. Ich freue mich immer darüber. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, glücklich, kommt auch durch schwierige Zeiten positiv durch, mit Vertrauen. Ich weiß, viele von euch hatten ein bisschen zu knabbern im letzten Jahr. Es war nicht so einfach streckenweise, aber ich denke, 2014 hält vieles Gutes bereit und bringt letztendlich wirklich die Früchte und die Erfolge all unserer Affirmationen und Manifestationen. Ich vertraue ganz fest darauf. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr mit neuen Themen, Projekten und ich wünsche euch erst einmal ein gut berutsches Neujahr. Feiert schön. Nutzt vielleicht auch die Zeit des Übergangs für neue Manifestationen, für neue Neuausrichtungen, eure Gedanken, eure Wünsche. Packt es an, vielleicht gleich zum Jahresübergang das Ganze gleich in Form eines Wunsches zu verpacken und rufen zu senden, wer weiß. Ich denke, die Energie wird da besonders hilfreich und stark sein, wenn wir uns dort auch auf Neues fokussieren. Ich denke an euch, ich sende euch viele, viele Grüße vom Meer. Ciao! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020